Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die K-größte Funktion in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Tutorials über Google Sheets oder Google Docs. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In einem vorangegangenen Tutorial habe ich dir einmal schon die K-kleinste Funktion gezeigt. Und das Ganze gibt es natürlich auch äquivalent in der Version K-größte Funktion. Und mit der K-größten Funktion kannst du eben das K-größte Element aus einer Zahlenreihe herausfinden. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel die zweitgrößte Zahl herausfinden oder die drittgrößte Zahl. Und das Ganze habe ich hier auch schon einmal vorbereitet mit einfach fünf Zufallszahlen hier als unsere Basis. Und ich habe hier auch schon einmal vorbereitet, dass man das N bzw. das K halt einfach hier frei wählen kann. Und wenn ihr die K-größte Funktion verwenden möchten, tippen wir einfach in unsere Zelle ist gleich K-größte und wählen das Ganze aus. Und da nehmen wir als ersten Parameter einmal hier unseren Zellbereich, wo unsere ganzen Zahlen drinstehen, setzen dann einen Semikolon und wählen dann N aus. Ich weiß nicht, warum die das hier immer N nennen. Bei der K-Kleinsten-Funktion wurde das Ganze auch N genannt. Ich würde es einfach K nennen, weil es heißt ja auch K-größte eben als Laufvariable. Aber gut, das ist dann eben auch egal. Und da wähle ich dann hier eben meine Zelle aus, in der ich dann immer mein N schreibe. Am Ende schließe ich noch die Klammer und drücke Enter. Und dann sehen wir hier auch schon, dass die erstgrößte Zahl 713 ist. Wenn ich hier bei N eine 1 auswähle, dann wird mir eben die größte Zahl ausgegeben. Mit dem Maximalwert bzw. der Maximalfunktion könnte ich das dann eben auch ganz einfach ausrechnen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei N eine 2 eingebe, dann kommt hier eben 537 raus. Das ist dann eben die zweitgrößte Zahl. Wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann sehen wir auch, nur die 747 wäre größer. Und dann ist eben die 537 die zweitgrößte Zahl. Das Ganze kann ich natürlich auch mit der 3 machen und so weiter. Da ich hier 5 Zahlen habe, kann ich hier auch dann einfach eine 5 eintragen. Maximal eine 6 würde dann nicht mehr funktionieren, weil wir eben nicht mehr als 5 Zahlen haben. Und wenn ich jetzt hier die 5 eintrage, dann kommt als Ergebnis, also als fünftgrößte Zahl aus dem Bereich, die 155 hervor. Und das ist dann aber auch gleichzeitig wieder die kleinste Zahl in dem Bereich. Und das könnt ihr dann hier eben auch mit erreichen, dass ihr eben trotz dessen hier die K-Größe-Funktion verwendet, könnt ihr hier auch die kleinste Zahl herausfinden, was ich ganz witzig finde. Aber am meisten wird das Ganze natürlich dafür benutzt, um zum Beispiel die 2, 3, 4 und so weiter größte Zahl eben herauszufinden. Und dafür ist die K-Größe-Funktion auch super geeignet. Wenn ihr hier eben eine Zahl eingibt, die größer ist als der eigentliche Zellbereich, dann wird hier eben ein Hashtag Zahlfehler zurückgegeben. Das bedeutet eben einfach, dass das nicht funktioniert, weil natürlich die Zahl 6 eben außerhalb des Bereichs liegt von den 5 Zahlen. Und das Ganze funktioniert dann logischerweise nicht. Und somit könnt ihr die K-Größe-Funktion in Google Sheets verwenden. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, wofür du diese Funktion verwendest in deinen Tabellen. Ansonsten war es das mit dem Tutorial und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, bleib gesund, ciao!